So, wir sind jetzt gerade live hier in Istanbul, kurz vor dem Abflug Richtung Schweiz, Thailand. Danke vielmals, dass du uns in dein wunderbares Land eingeladen hast, dass wir da sein durften. Was hast du gelernt vom Network Marketing hier in Istanbul? In Istanbul, es ist wirklich abartig, die Leute sind offen, das ist der genaue Stadt, das ist wirklich unglaublich. Was wir festgestellt haben, die Menschen hier, die sind richtig offen für ein neues Business und dementsprechend, ja, X1 Business Kontakt, gut dann, oder? Ja, das ist das, auf jeden Fall. Was denkst du, wie werden wir in Zukunft weiterfahren hier in Istanbul? Also, wir werden auf jeden Fall Erfolg haben und unglaublich, das kann ich euch versehen können. Wir haben auch einen Kontakt gehabt Richtung Rumänien, das ist ja mal sensationell. Das ist wirklich ehrlich besessen davon, dass wir auch in Rumänien einfach Wohn machen, das kann ich nicht sagen. Man muss sich schon vorstellen, wir gehen von der Schweiz nach Istanbul und in Istanbul sprechen wir über Rumänien, das ist ja extrem. Ja, genau, das ist wirklich so unerwartet auch passiert, das war so schnell, aber ich bin auch begeistert, das ist wirklich so, wow. Alles Gute, danke für mal, go X1 Business und danke dir, Pailan, für dein Vertrauen.